Musik Ich bin heute in F wie Ferropolis und spreche zum Thema Familienpolitik. Die Rollen von Frauen und Männern haben sich verändert, ebenso die Vorstellung von Partnerschaft und Familie. Die Menschen sind verheiratet oder unverheiratet, sie sind Singles oder geschieden, leben alleinerziehend oder in Patchwork-Familien. Das ist so in unserem Wahlkreis und das ist so in ganz Deutschland. Das alles erfordert eine neue Familienpolitik, die sich am Leben der Menschen orientiert, die füreinander einstehen wollen. Ich möchte mich als Bundestagsabgeordneter für die Abschaffung des Ehegattensplittings, aber auch für eine Neuordnung des Kindergeldes einsetzen. Wohlhabende Eltern bekommen aktuell viel Geld vom Staat, arme Familien wenig. Die SPD wird dafür sorgen, dass es genau umgekehrt ist. Mit dem neuen Kindergeld gibt es für Familien mit kleineren Einkommen bis zu 140 Euro zusätzlich pro Kind und Monat. Alle anderen bekommen einheitlich den bisherigen Kindergeldsatz. Unterstützen Sie mich in dieser neuen Familienpolitik, die angemessen ist für unser Land und für unsere Gesellschaft. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiterhin durch unseren Wahlkreis und meine Themen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.